Die zwischen Brohlbach und Unteraar eingeschlossene Eifellandschaft, die durch die alte Mundart und Kulturgrenze der Pfingstbachlinie geschichtliche Bedeutung erlangt hat, hier schieden sich in römischer Zeit die beiden Teile Germaniens, gehört zu den volkskundlichen Reliktgebieten. In den Dörfern unweit der viel besuchten Kurorte Neuenahr und Niederbreisig stellt man in manchen Häusern noch heute das tägliche Brot selbst aus der eigenen Brotfrucht her. Wo sich die Berge allmählich zum Rheintal hinsenken, liegt in einer flachen Talmulde Löhndorf. Obwohl längst ein Berufsbäcker im Ort ist, gibt es Familien, die ihr Brot wie früher im Gemeindebackhaus backen. Am Beginn der Kirchgasse mitten im Dorf, wo die Straßen aus vier Richtungen zusammentreffen, wurde dieses Backhaus 1763 von der Gemeinde errichtet. Es wird vom Gemeindediener betreut, der morgens vor Beginn des Backtages für Ordnung und Sauberkeit sorgt. Vor der Tür floss früher offen der Dorfbach vorbei, aus dem man das Wasser zum Teig ansetzen nahm. Da der zweigeschossige Fachwerkbau in die Straßenkreuzung vorspringt und den angewachsenen Autoverkehr behindert, muss er abgebrochen werden. Eine moderne Backanlage war zur Zeit dieser Aufnahmen bereits im Entstehen. Wenn diese fertig ist, wird das alte Backes, das als Gemeindebackhaus für die Ahr Eifel charakteristisch ist, ins Rheinische Freilichtmuseum nach Kommern überführt werden. Im Obergeschoss war ursprünglich die Dorfschule untergebracht, die einen eigenen Eingang hatte. Später diente die Schule als Gemeindesaal und als Notunterkunft, zum Beispiel wenn Dorfbewohner durch einen Brand obdachlos geworden waren. Die Backanlage im Erdgeschoss besteht aus zwei durchgehenden Räumen. Hinten liegt die heizbare Backstube, wo die drei unterschiedlich großen Backmulden aufgestellt sind. Die beiden geräumigsten, die den Teig von mehr als einem Zentner Brotmehl fassen, waren früher den großen Familien vorbehalten. Alle Nöndorfer Familien haben in zwei- bis dreiwöchentlichem Turnus das Backrecht, das allerdings nicht mehr von allen wahrgenommen wird. Mit den sogenannten Mannsäckchen in den Mulden bestimmt man die Backfolge wöchentlich neu. Sie ergibt sich aus der Reihenfolge, in der diese mit den Familiennamen gezeichneten Bündel montags früh hineingeworfen werden. Wer zuerst kommt, kann sich Backtag und Backmulde nach Bequemlichkeit wählen. An der Wand gegenüber ist in ganzer Länge die tischartige Beute zum Ausformen der Brote aufgestellt. Durch ein Wandtürchen kann man die Leibe zum Abbacken direkt in den Ofenraum reichen. In der rauchgeschwärzten Ofenstube gibt es zwei Backöfen. Einen großen, der 60 sechspfündige Brote fasst und einen kleinen für 30 Brote, den man wegen des wachsenden Bedarfs um die Jahrhundertwende dazu baute. Die lang gestielten Geräte zum Bedienen des Backofens sind in einer Ecke abgestellt. Neben dem Eingang befindet sich die Brotbeute, auf der man die frisch gebackenen Brote vor dem Heimtransport auskühlen lässt. Noch nach dem letzten Krieg wurde hier täglich 24 Stunden lang rund um die Uhr gebacken und zwar in drei Backpartien, die sich alle acht Stunden ablösten. Der große Rauchfang im Vorraum ist erforderlich, weil die Backöfen keinen direkten Kaminanschluss haben. Der Backtag beginnt regelmäßig morgens um acht Uhr. Die Berechtigten der ersten Backpartie sind bereits auf dem Weg zum Backes. Jeder bringt das eigene Backzubehör mit. Pünktlichkeit ist erforderlich, weil alle ihre Arbeiten in der gleichen, knapp bemessenen Zeitspanne erledigen müssen. Zu den Backutensilien gehören außerdem Brotmehl und Brennmaterial noch Salz, Sauerteig, ein Eimer mit warmem Wasser, sowie verschiedene Geräte wie der Molenkratzer, das Stech und die Salbbürste. Wenn das ganze Zubehör hineingetragen ist, kann die Straße freigemacht werden. Die an der Backesmauer aufgereihten Schurreskarren gehören zum üblichen Bild an den Backtagen. Wer lediglich beim Herbeischaffen des Zubehörs geholfen hat, geht jetzt wieder heim. Für die Backarbeiten bleibt von jeder Familie immer nur einer zurück. Zum Heizen des großen Backofens sind vier bis sechs Schanzen erforderlich, die aus Buchenreisig und Knüppeln gebunden sind. Jedes Mitglied der Backgemeinschaft hat anteilmäßig eine davon mitzubringen. Sie wurden im Vorraum abgelegt und müssen nun aus dem Weg geschafft werden. Die Backarbeiten beginnen mit dem Ansetzen des Vorteiges in der Mulde. Sie sind alle da, die nachher auch nicht. Die Mrs. Körner hat sie noch keine Oma an, die Maa. Die Maa, die Maa, die Maa. Die Maa, die Maa. Ja, da wird alles vergaan. So, jetzt mal das Schüren an, die Maa, das wird auch gebrauchen. Die Baumgärchen hat jetzt gebrauchen. Zum Anteigen verwendet man etwa zwei Drittel des vorgesehenen Brotmehls. Diese Menge wird auf einen Haufen zusammengefasst, für die Aufnahme der Zutaten hergerichtet und durch eine dammartige Abgrenzung vom restlichen Mehl getrennt. Man setzt den Teig mit dem sogenannten Dyson oder Sauerteig an, der in einem Steintopf beim übrigen Backzubehör bereitgestellt ist. Das zum Anmengen benötigte Wasser muss handwarm sein. Es wird im Heißwassereimer unter dem Kranen zurechtgemischt. Die großen Backmulden werden heute meist von jeweils zwei Berechtigten gemeinsam benutzt, welche sich an den beiden Enden einrichten. Der in der Mitte muldenartig vertiefte Mehlhaufen fängt das Wasser wie eine Schüssel auf. Dort hinein kommt der Sauerteig, der mit der Masse vermischt wird. Sauerteig ist ein Auftreibemittel wie Hefe, zugleich aber auch Brotwürzel. Er besteht aus nichts anderem als aus Brotteig vom letzten Backen, den man daheim aufbewahrt hat. Mit der Flüssigkeit zusammen muss der Sauerteig den Ansatz gleichmäßig durchsetzen. Von den Rändern wird so lange Mehl hinzugefasst und eingemengt, wobei man die Knoten mit den Fingern zerdrückt, bis ein glatter, geschmeidiger Brei entstanden ist. Das geleerte Dyson-Döppen wird mit Mehl sauber ausgewischt. Anschließend stellt man es zur Seite, um es später mit frischem Brotteig neu zu füllen, der bis zum nächsten Backen zum Sauerteig wird. Mit dem Mehl zum Abreiben der Teigreste von den Händen wird der angemischte Vorteig bestreut. Zum Schluss drückt man die breiige Masse an der Oberfläche bei. Sie muss nun einige Stunden ruhen. Während dieser Zeit kommt der Sauerteig zur Wirkung. Das ist die Voraussetzung für ein lockeres und kräftig schmeckendes Brot. In Löhndorf ist es Brauch, den fertig angesetzten Vorteig mit dem Kreuzzeichen zu versehen. Erzählungen berichten, dass das Gebäck immer misslang, wenn man versäumte, auf diese Weise die Hilfe Gottes herbeizurufen. Einige Familien, die von der Oberaar zugewandert sind, drücken aus dem gleichen Grund das Zeichen der Ära ein, wie es in ihrer Heimat üblich war. Für die vorbereitenden Arbeiten am Morgen des Backtages rechnet man ungefähr eine halbe Stunde. Damit der Vorteig gut gerät, muss er warm gehalten werden. Der Backstubenofen, der von nun an geheizt werden muss, wird meist von dem Mitglied einer beteiligten Familie versorgt. An kalten Wintertagen deckt man die Mulden außerdem mit den leeren Mehlsäcken ab. Die Vorarbeiten am Backtag sind damit beendet. Es ist etwa halb neun, wenn sich die Mitglieder der ersten Partie auf den Heimweg machen. Die Wartezeit bis zum Beginn der folgenden Arbeiten wird gewöhnlich zu kleineren Verrichtungen in Haus und Hof genutzt. Der nächste Abschnitt des Backtages beginnt unmittelbar nach dem Mittagessen. Mit dem Glockenschlag um 13 Uhr findet sich die Backpartie wieder vollzählig im Backes ein. Es sind die gleichen Personen wie am Morgen. Nur aus zwei Familien sind statt der Frauen jetzt die Männer gekommen. In den viereinhalb Stunden ist der Vorteig aufgegangen und hat so seine richtige Beschaffenheit gewonnen. Aus ihm wird nun der eigentliche Brotteig zubereitet, wozu das restliche Mehl beigemengt und eingeknetet werden muss. Brotteig kneten erfordert viel Kraft und gilt als Schwerarbeit. Dazu werden nun die Vorbereitungen getroffen. Zunächst wird das abgemessene Salz hinzugegeben. Entweder streut man es über diesen ersten Teig, um es dann einzumischen, oder man setzt es wie hier mit Wasser und Mehl am Rande der Backmulde gesondert an. Der gut durchmischte Salzbrei wird anschließend über den Vorteig verteilt und eingemengt. Anfangs kann man die Masse noch mit schwungvollen Armbewegungen durchrühren. Sie ist so geschmeidig, dass sie sich auseinanderziehen lässt. Je mehr vom restlichen Mehl hinzugenommen und eingearbeitet wird, umso steifer wird der Brotteig, der schließlich nur noch mit den Fäusten bearbeitet werden kann. Der Brotteig bildet einen zäh zusammenhängenden Klumpen, der beim Kneten auseinander gedrückt, mit Mehl bestreut, übereinander geschlagen und wieder auseinander gedrückt wird. Auf diese Weise muss der Brotteig etwa eine Stunde lang intensiv durchgeknetet werden. Um die Fäuste wirkungsvoll einsetzen zu können, werden die gestreckten Arme mit dem Gewicht des vorgebeugten Oberkörpers unterstützt. Brotbacken gehört in Löhndorf zu den Männerarbeiten. Wie auch sonst vielfach im Bereich des alten Schwarzbrotgebietes im nördlichen Rheinland, das bis zur Pfingstbachlinie in der Eifel reicht. Frauen sprangen früher lediglich beim Ansetzen des Vorteiges ein. Erst seit dem letzten Krieg, als es an Männern fehlte, haben sie in einigen Familien die ganze Arbeit übernommen. Damals war das grobe Schwarzbrot allerdings schon durch das Feinbrot abgelöst worden. Es wird aus einer Mischung von fein gemahlenem Roggen- und Weizenmehl hergestellt und der Teig ist geschmeidiger und leichter knetbar. Vom letzten Mehl im Backtrog wird ein Rest zurückbehalten, den man später zum Streuen braucht, damit bei der weiteren Bearbeitung der Teig nicht anklebt. Früher nahm man hierzu die nach dem Mahlen ausgesiebte Kleie. Je mehr Mehl hinzugefasst wird, umso steifer wird der Teig klumpen. Darum teilt man ihn bei fortschreitender Arbeit mit dem spatenähnlichen Stech in zwei Hälften, die einzeln leichter und gründlicher durchknetbar sind. Durch den Wasserzusatz, man rechnet etwa 25 Prozent, hat sich das Gewicht der gesamten Masse beträchtlich gesteigert. In dieser Backgemeinschaft gibt es eine Familie, die nach alter Art hin und wieder noch Schwarzbrot herstellt, das hier früher als tägliches Brot gegessen wurde. Es wird aus geschrotetem oder grob gebrochenem Roggen zubereitet, ist kerniger als Feinbrot und hält sich länger frisch. Der Schwarzbrotteig wird so zäh, dass er sich kaum noch mit den Fäusten bearbeiten lässt. Bei den mit voller Kraft ausgeführten Würfen staucht sich der Klumpen auf dem Boden der Backmulde. So kann man den lederartigen Teig, der am Niederrhein mit den Füßen getreten wurde, gehörig durchwalken. Nach mehrmaligem Wechsel zwischen Werfen und Kneten wird er nun wieder in die Breite gestoßen, übereinander geschlagen und abermals gestoßen. Es zeigt sich deutlich, dass die Zubereitung vor allem des Schwarzbrotteiges sehr große körperliche Anstrengung kostet. Der Brotteig hat seine rechte Beschaffenheit erreicht, wenn er sich geschmeidig anfühlt und trotzdem im Klumpen steif stehen bleibt und die geballte Form hält. Derjenige aus der Backgemeinschaft, der zuerst mit seinem Teig fertig ist, übernimmt gewöhnlich das Anheizen des Backofens im Vorraum. Währenddessen beginnt der nächste schon mit dem Abwiegen des Teiges auf dem Wirktisch. Wenn der Ofen der ersten Backpartie angezündet wird, ist es kurz vor 14 Uhr. Bis zum Einschieben der Brote bleibt jetzt noch eine Stunde. In dieser Zeit muss die erforderliche Hitze zum Brotbacken erreicht werden, die beim Einschießen etwa 250 Grad beträgt. Zum Teigwiegen wird eine einfache Balkenwaage benutzt, die in Löhndorf seit Menschengedenken zum Backhausinventar gehört. Als Gewicht dient ein Stein, dessen Schwere genau der Teigmenge entspricht, die ein sechspündiges Brot ergibt. Die Schanzen dürfen nicht alle auf einmal eingeschoben werden, weil sich dann eine solch scharfe Hitze entwickeln würde, die von den Backofensteinen nicht gehalten werden könnte. Es kommt darauf an, ein mildes Feuer mit anhaltender Hitze zu entfachen, indem man das nächste Reisigbündel erst dann nachlegt, wenn das vorige fast ausgebrannt ist. Inzwischen hat der erste an der Waage seinen Teig fertig ausgewogen. Die sieben Teigstücke ergeben sieben Brote. Das achte kleinere Stück ist für den Sauerteigtopf vorgesehen. Nun kann der Platz an der Waage für die folgenden geräumt werden. Diesmal sind es zwei Mitglieder der Backgemeinschaft, die ihren Teig gleichzeitig fertig haben. Sie benutzen die Waage gemeinsam, indem sie ihre Teigstücke abwechselnd von der linken und von der rechten Seite auflegen. Die abgewogenen Stücke werden zunächst auf der Tischfläche gewirkt. Dabei kommt es darauf an, den Teig durch den Druck der Handballen und durch leichtes Aufstoßen so zu verdichten, dass die kegelförmigen Klumpen steif stehen bleiben. Sie müssen noch einmal eine kleine Zeitspanne ruhen. In den Backofen ist nun schon die letzte Schanze eingebracht und tief ins Innere geschoben worden. Wenn sie ausgebrannt ist, schließt man Backofentür und Zuglöcher, damit die Hitze sich bis zum Broteinschieben hält. In der Backstube haben inzwischen alle ihren Teig auf die Beute gebracht. Als letzter kommt der an die Waage, der bisher mit dem Ofen beschäftigt war. Wer mit dem Teigwirken fertig ist, hat jetzt Zeit, seine Backmulde zu säubern. Die Teigreste werden ausgekratzt und zusammengefegt und als Schweinefutter mit nach Hause genommen. Die Backmulden müssen um 14 Uhr für die zweite Backpartie bereit stehen. Der Schwarzbrotteig zeigt sich auch beim Abstechen und Auswiegen viel zäher als der Feinbrotteig. Um 1900 nahm man für ein Gebäck in der Regel 120 Pfund Mehl, was 16 Brote ergab. Heute backen die Familien im Durchschnitt nur noch acht Brote. Wenn die letzte Schanze ausgebrannt ist, muss der Backofen gesäubert werden. Mit der Kratze entfernt man zunächst die Asche und die Reste der glühenden Holzkohle. Anschließend wird der Steinboden mit dem Flabbes ausgewischt. Man schleudert den an der Stangenspitze angebundenen nassen Sack in kreisenden Bewegungen über die Fläche. Damit ist der Ofen zur Aufnahme der Brotlaibe bereit. Bis sie eingeschoben werden können, bleiben die Ofenöffnungen verschlossen. Vor dem Backes treffen um diese Zeit die Mitglieder der nächsten Backpartie ein. Die Vorgänger haben auf der Beute bereits mit dem Ausformen der Brotlaibe begonnen. Gleichmäßigkeit der Brote in Gewicht und Form ist erforderlich, damit sie im Backofen platzsparend untergebracht werden können. Beim Formen der Leibe werden die vorbereiteten Ballen nochmals leicht gewirkt und durch kreisende Bewegungen zur Kugel gerollt, breit gedrückt und dann mit den Handflächen ausgewalzt. Mit einem leichten Wurf auf den Tisch flacht man die Unterseite ab und durch das Umkanten nach links und nach rechts glättet man die beiden Seitenflächen. Zum Schluss werden die Leibe mit Mehl bestreut und mit den Händen nochmals nachgestrichen. Schwarzbrote werden in der gleichen Weise geformt wie das Feinbrot. Da der Teig zäher ist, muss nur mehr mit Handdruck gearbeitet werden. An der Beute hat jedes Mitglied der Backgemeinschaft nur einen eng begrenzten Platz. So müssen die fertigen Leibe dicht nebeneinander aufgereiht werden. Noch enger liegen sie später im Backofen. Um das Aneinanderkleben zu verhindern, bestreicht man die Seiten mit Öl. Die nachfolgende Backgemeinschaft ist währenddessen dabei ihren Vorteig anzusetzen. Bis sie im gleichen Arbeitsablauf zum Ausformen der Brote an die Beute kommt, wird es 20 Uhr sein. An der Beute beginnen jetzt die letzten Backvorbereitungen. Damit die Brotkruste, die das Austrocknen verhindert, kräftig braun gerät, werden die Leibe mit Wasser gesalbt. Zum Schluss drückt man die Brotzeichen auf. Jede Familie hat ein eigenes erbliches Zeichen. Hier ein mit dem Griff des Stecheisens eingeprägter Ring. Als nächstes ein längs über den Brotrücken geführter Einschnitt. Dann vier in einer Reihe hintereinander eingestochene Löcher. Drei schräg gezogene Querstriche. Und ein mit Daumen und Zeigefinger ausgeführter Kniff auf der Mitte des Leibes. Die richtige Backtemperatur wird bei der Hitzeprobe mit dem ausgestreckten Arm festgestellt. Wenn man ihn drei Sekunden lang im Ofen halten kann, ist es Zeit die Brote einzuschießen. Hierzu bedient man sich des Schießers. Er besteht aus einem geglätteten ovalen Brett zur Aufnahme der Brotleibe und einem drei Meter langen Stiel, der bis in die äußerste Ofenecke reicht. Damit die Leibe im Innern des Ofens mit einem leichten Ruck vom Schießer wegleiten, muss dieser jedes Mal neu mit Mehl bestreut werden. Beim Hinzutragen der Leibe, die durch das Wandtürchen auf den Schießer gereicht werden, müssen alle helfen. Man trägt nicht nach Backpartien von der Beute ab, sondern reihenweise von links nach rechts, damit die günstigen und ungünstigen Plätze im Backofen gleichmäßig verteilt sind. Auf diese Weise gelangen die Brote jedes Beteiligten sowohl in den hinteren als auch in den vorderen Teil des Ofens. Broteinschießen ist eine Fertigkeit, die nicht jedes Mitglied der Backgemeinschaft beherrscht. Es kommt darauf an, die Leibe in Querreihen dicht nebeneinander so zu platzieren, dass sie möglichst wenig Platz einnehmen und an den Seiten nicht verkrusten. Mit dem letzten Brot, das eingeschossen wird, hat es eine besondere Bewandtnis. Es wird als Kreuzbrot bezeichnet. Man drückt bei einem Gebet das Kreuzzeichen ein. Damit wird das ganze Gebäck in die Obhut Gottes gestellt. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Es ist 15.15 Uhr, wenn alle Brote in den Ofen eingebracht sind. Während der fast zweistündigen Backzeit bleibt er sorgfältig verschlossen. Wenn die letzten Arbeitsspuren beseitigt sind, können die Mitglieder der ersten Backpartie nach Hause gehen, um dort das Garwerden abzuwarten. Gegen 17 Uhr, wenn sich der Geruch des frisch gebackenen Brotes um das Backes herum verbreitet, trifft die Backgemeinschaft wieder zusammen. Die Zeit bis zum Austun der Brote wird im Backes verbracht. Oft kommen die Alten hinzu, die hier am warmen Backofen stets eine lebhafte Erzählrunde finden. Auch Familienangehörige kommen mit, die beim Austun und Heimtragen helfen. Wofür hätte fast der katholische Pastor Rude Panorontat und der evangelische Frau? Ich habe noch ein Rude Pastor mit Rude vorgesehen. Ja, wofür ist er dann? Ja, das ist ja ja. Ich meine, ich hätte mal ein Rude mit Rude. Wofür hätte er die? Ja, das muss ich jetzt mal wissen. Ja, dann wieder in die Runde an. Wofür hätte er nicht nachschweigen, da war nicht die da. Also, ich könnte ja, dass alle Tage noch zu wenig kriegen. Ja, das hätte er ständig verbracht. Ja, das ist ja so. Wir haben ja nicht mal die Rude. Das ist ja auch so. Beim ersten Nachsehen zeigt sich schon an der Bräunung der Kruste und der prall aufgetriebenen Form der Brote, ob das Gebäck gelingt. Es braucht nur noch eine ganz kurze Zeit, bis es fertig gebacken ist. Wir haben dann den, den ich verholen, das schaffst du, ja? Ja, die Führer, das schaffst du dir noch, der Führer. Das schaffst du dir noch, ne? Meinst du das? Das ist schön, ne? Ja, ja, ne? Ich hab mal schwitzen, ist es zum Mosten. Ja, wo ist denn los, ne? Ja, wie spät haben wir, ne? Obwohl, die Zehn. Sind viele, die anders sind. Ja, aber ich hab ja an, hier. Wie beim Eintun benutzt man auch zum Herausholen der Brote den Schießer. Der Geruch an der Unterseite lässt erkennen, ob die Brote gar sind. Die noch heißen Laibe werden mit Wasser bestrichen. Dadurch entsteht der schöne Glanz auf der braunen Kruste. Auch beim Austun müssen alle Mitglieder der Backgemeinschaft helfen. Da man die heißen Brote kaum anfassen kann, ohne sich zu verbrennen, werden sie schnell von Hand zu Hand gereicht. Der letzte legt sie auf der Brotbeute ab. Obwohl die Seiten mit Öl bestrichen wurden, ist das Zusammenbacken der Brote nicht ganz zu verhindern. Da nebeneinander liegende Brote nie zum Gebäck einer Familie gehören, müssen die zusammengebackenen Laibe getrennt werden. Damit sie schneller auskühlen, stellt man die Brotlaibe aneinander gelehnt auf. Sie werden nach Brotzeichen sortiert, die noch gut sichtbar sind. Vor Sonntagen und besonders vor Festtagen nutzt man den heißen Ofen nach dem Entleeren noch zum Kuchenbacken. Da die nächste Partie jetzt erst beim Teigwirken ist, bleibt so viel Zeit, dass nach Abbrennen einer zusätzlichen Schanze noch die flachen Tarten gar werden können. Wenn alle Brote auf der Beute zusammengetragen sind, können sich die Mitglieder der Backgemeinschaft um ihre eigenen Gebäcke kümmern. Jetzt werden die Brote geprüft und durchgezählt. Nach einer Wartezeit von etwa einer Viertelstunde sind die Brote so weit abgekühlt, dass sie heimgebracht werden können. Wenn man sie in ganz warmen Zustand nach draußen bringen würde, könnten sie in der kalten Luft zusammenfallen. Die nachfolgende Backgemeinschaft, die mit dem Teig ansetzen gegen 14 Uhr begonnen hat, wird erst nach 23 Uhr mit dem Heimtransport ihrer Brote beginnen können. Wenn sich früher eine dritte Backpartie anschloss, standen ihr die Backmulden ab 20 Uhr und der Ofen ab 3 Uhr nachts zur Verfügung. Ausgetan wurde dann erst gegen 5 Uhr morgens. Zum Heimschaffen der Brote wird hier ein Wandkorb benutzt, wie man ihn früher zum Getreidereinigen brauchte. Die Anzahl der Brote ist auch darum geringer geworden, weil viele Familien nicht mehr selbst backen, sodass sich für die übrigen häufigere Backgelegenheiten ergeben. Dies hier ist ein Vorrat von 8 Broten, der etwa eine Woche ausreichen wird. »Ja, stimmt nicht.« »Letzion« »Lie ist noch ein paar gesture, aber es ist noch ein bisschen wie brillante, in der Lage auch versucht, die ersten paar Musik von dort zu kommen. »Lie ist noch ein paar Monate. »Lie ist noch ein paar Quarantäne, das ist noch ein paar Sachen. »Lie ist noch ein paar Häuser, der FaceTime. »Lie ist noch ein paar Minuten. Mit den Broten wird auch der frische Sauerteig heimgebracht, den man bis zum nächsten Backtag aufbewahrt. Er bekommt einen Platz in der warmen Küche, damit sich die Brotsäure voll entwickeln kann. Aufbewahrungsort für die Brote ist der Keller. Doch bevor sie dahin gebracht werden können, müssen sie über Nacht vollends auskühlen. Dazu stellt man sie hier an der Küchenwand auf. Zum Abendessen am Backtag gibt es in der Regel Brot. Und zwar niemals das frische, sondern das alte vom vorigen Backtag, das meist das letzte ist. Brot wird stets von der Hausfrau geschnitten. Auch heute noch kommt kein Brot auf den Tisch, das nicht vor dem Anschneiden mit dem Kreuz gezeichnet wird. Und das ist dann eigentlich schon ein Urlaub. Das ist ein Urlaub. Das ist ein Urlaub. Brotzutaten sind wie üblich Klatschkäse. Das ist ein mit Milch und Salz angerührter Quark, der in großen Schüsseln auf dem Tisch steht und dazu Kraut oder Marmelade. Das hat» Das schmeckt gut. Spargel ist das ein Stück für euch. Opa Kaffee. Ja, Kaffee. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ja, ja. Auf die Schnitten gibt man zuerst den süßen Aufstrich. Darüber wird in dicker Schicht der Käse gestrichen. Dazu wird Kaffee getrunken. Das schmeckt gut. Ja, das muss ja viel Stoffen. Ja, das ist eine hoge Chance. Ja, das ist doch eine Heim oder was. Ja, das ist doch. Ja, das ist doch noch. Ja, das schmeckt gut. Ja. Ja, das ist doch in die Beste. Ja, ich kann doch nicht morgen das Klappe los. Nee, das muss ich auch. Am Morgen nach dem Backtag werden die neuen Brote versorgt. Der Keller eignet sich zur Aufbewahrung besonders gut, weil sich hier die Brote länger frisch halten. Die dicke braune Kruste bewahrt vor dem Austrocknen und gibt Schutz vor Schimmelansatz. Das Brotgestell, das man hier als MIG bezeichnet, ist zum Schutz gegen Mäuse an der Decke aufgehängt und endet unten 30 Zentimeter über dem Boden. Das Gestell hat kreuzweise übereinander acht Ablagen, auf denen jeweils zwei Brote, insgesamt also die früher üblichen 16 Brote eines Gebäcks Platz finden. Sie brauchen heute nicht doppelt belegt zu werden. Einer der Hauptgründe für das aussterbende Hausbäckerei ist die zeitraubende und schwere Arbeit am Backtag. Seitdem man beim Dorfbäcker täglich frisches Brot kaufen kann, benutzen auch hier in Löhndorf nur noch wenige Familien das Gemeindebackhaus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.